Yo, hallo und willkommen zurück zu Sniper Lead V2. So, wir haben im letzten Part ja die Museumsinsel gemacht und in diesem Part ist der Opernplatz dran. Und ich stelle mir mal eben noch kurz, zweimal, damit ich Zeit nicht vergesse. Und ja, ich lege mal los. Da die Roten und die Nazis sich auf der Museumsinsel gegenseitig die Scheiße aus den Ärschen prügelten, hatte ich mir etwas Zeit verschafft. Ich begab mich zum Opernplatz, wo Schweige gefangen gehalten wurde. Mein Auftrag war, ihn zu töten. Aber jetzt versuchte ich, seinen Arsch zu retten. Komisch, wie sich alles ändern kann. Ja, ja. So, gucken wir uns mal die Karte an. Also hier sind wir. Hier ist unser erstes Ziel und das ist das. Also Aussichtspunkt, okay. Bewaffnung, ah, dann nehmen wir Ayakui. Gut, die ist schon ausgerüstet. Die letzte Sniper, die wir im letzten Part bekommen haben. Die finde ich ziemlich geil und ja, nehme ich natürlich und Spielstarten. So hatte ich mir aber gerade aufgefallen, dass ich mal wegen kurz Audio. Die Sprache ist eigentlich im lautesten. Mal kurz, äh, spiel. Äh, und die, und die, okay, ist an. Dachte ich hätte das Haus gemacht. Weil ich hole mir erstmal mal ein Fernglas raus, um mal die Gegend zu checken. Kann ja sein, das trägt ja mal am Anfang irgendwas. Ah, ha, ha, ha. Ah, süßen. Ah, cool. Hier gibt es ja wieder diese Sounds, die man da oben rechts sehen kann. Ähm. Gut. Ich könnte ja mal eben gucken, ob die irgendwie ineinander überlaufen. Das heißt, dass ich einen Double-Header verpassen kann. Und, äh, ich frage mich gerade, warum der Päser heruntergeflogen ist. Ich hoffe, das stört jetzt nicht kurz, aber ich hoffe, das passiert auch nicht nochmal. Ja, voll scheiße. Hm, komm, komm, komm. Perfekt. Dat muss sitzen. Wie die Patronen überhaupt fliegt, finde ich ja lustig. Und wer merkt, hat nicht mal göttlich. Na, komm. Und, so, hör auf zu rauchen. Dat, äh, hier. Mach dich dumm. So, dann stehen wir mal auf und laufen weiter. So, man darf nicht so schnell von rennen. Vielleicht sind da ja noch welche. Weiß er nicht. Ja, komm, ich gehe einfach hier lang. Bietet sich gerade so an. Dass sowieso hier lang muss. So, ducken. Und ich glaube, ich nehme, ähm, ja, das Ding raus. Kann ja sein, dass irgendwelche Gegner rum sind. Ah. Feind da drüben! Laber nicht. Laber nicht. Scheiße. Okay. Scheiße. Das wäre die Lage wieder sicher, da die Musik weg ist. So ein bisschen schade, dass man sich mal nach der Musik kriegt, wenn man die Musik jetzt irgendwie hier kampfmäßig rüberkommt oder nicht. So ein bisschen schade, aber naja, okay. Hilft einem auch irgendwie die Situation zu erkennen. So, was ist eigentlich unser Ziel? Also auf jeden Fall müssen wir hier ins Haus irgendwo. So, was ist eigentlich der Punkt? Verstehe ich nicht. Okay, ein bisschen Money für meine Sniper. Oh, boah. Oh, boah. Jeff, hab ich ja nicht gesehen. Nein, legte ich nicht hin. Das ist unser Ziel jetzt eigentlich. Also. Also. Also sicheren im Platz. Okay. Gut. Äh. Erstmal markiere ich mal aller, die ich so sehe. Da ist einer. Hier in das Haus schauen. Und ich frage mich auch, warum das so, ähm, Leggi mit Traps läuft. Denn ich merke auch zwischendurch, wie das, äh, zwischendurch stoppt und nicht. Das ist so einer der Gründe, warum ich so, äh, wäre weniger selten aufnehme, weil ich immer so Probleme mit aufnahme habe. Weil ich eigentlich schade finde. Ist immer jemand, kann man so auswesert, ein bisschen zu wenig gerade. Aber ne, ich versache mal, ich kümmere mich um die, die ich jetzt gerade sehe. Ja, 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 ja. Ich bin ja auch ein Kollege. So. Das wird schön. Jetzt will ich wissen, wo der sitzt, ey. seine schälecke richtig platzen lassen warum soll deine bombe fallen von hinten sein auge weggefetzt und der ist jetzt hinter dem ich werde der tipp der daneben steht merkt hat nicht ja ist gut der hatte drauf wie ist so langweilig ich hab jetzt nicht sicher sie hat keine ich kann ja auch die straße gehen gucken ob ich da ja noch finde kann so dass das hier so klar und muss ja auf jeden fall noch sein denn da hätte ich so mein ziel schon erreicht ich gehe mal runter schauen da ist einer haha die saudi okay jetzt habe ich mein ziel erreicht mal kurz nachladen und ja zum nächsten check point stecken vielleicht sind ja noch welche ich habe ja ich habe gerade was gesehen das richtig mieses es war so ein blitzen das war dahinten das hat er verdient das nicht schön oh da oben ist noch einer wow perfekt was das oh ne 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 ah da oben sack jetzt aber dürfte das mehr oder weniger sicher sein oder können wir ins haus gehen naja zientum mani ui stirb mal nach also der hat das auf jeden Fall durchsuchen landmine und was hat der dynamit ich gehe mal hier lang vielleicht finde ich ja noch gold oder so das vergesse ich ja immer ich gehe mal hier noch gold und so was ist gold parren ein bisschen moni so da müssen wir hin aha auf die knie mach er schnell leuchte hier doch immer dem ist er schnell umlegen bamm der wird sich jetzt wundern what the fuck genau bomb oh das wird so wenn wir sein gesicht nicht wieder kennen können die windrichtung ist so also ungefähr so ah perfekt die windrichtung zu bestimmen boah das ist ja richtig ärftig aber ich finde ich hat herausfordernd mach die sache dann doch spannender sonst muss ich ihn nochmal beschützen ich finde ich aber auch jetzt cool doch vater der da ich gehe mal hier ins andere fenster vielleicht sehe ich in der wässer ja mehr oder weniger ich gehe mal hier lang aber hier ist perfekt oh da sind ja welche ich gehe weiter da ist meine also der hat mich gesehen soll hat nachladen aufladen auf wo die hälfte schüsse gehen daneben aber hauptsache ich töte sie oh da kann man ja niemals zur deckung gehen scheiße äh warum hab ich die sei du komm mal na wie sieht davon aus da kann noch mehr der muss sitzen aber richtig ha ja das ist hat er da ok ändere ich schauen dass um den eingang zu räumen geht klar mal drückt ich doch nicht während ich schieße und freundlich so jemand nach fehl ich einfach runter am muni könnte man nehmen perfekt du bist verletzt was man sehen ok da hat er recht wir müssen beide aufhalten muss ich wieder da hoch wieder ich dachte ich muss raus die position halten aber ich muss immer noch weiter beschützen